Eilmeldung Gladbach veröffentlicht offizielle Mitteilung Damit hat niemand gerechnet. Borussia Mönchengladbach sorgt für einen echten Personalknaller. Am Mittwochnachmittag, dem 7. August 2024, verkündeten die Fohlen eine Nachricht, die viele Fans völlig überraschte. Stefan Schippers ist nicht mehr Geschäftsführer des Vereins. Diese Nachricht kam besonders überraschend, da Schippers noch in der vergangenen Woche mit dem Team ins Trainingslager an den Tegernsee gereist war. Nun, nur wenige Tage später, gab der Klub seinen unerwarteten Abschied bekannt. Laut der offiziellen Mitteilung hat Schippers den Verein kurz nach Ende der abgelaufenen Saison um die Auflösung seines bis 2026 gültigen Vertrages als CEO der Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH gebeten. Der Verein entsprach diesem Wunsch. Schippers war seit dem Sommer 1999 als Geschäftsführer für die Gladbacher tätig und prägte die Geschicke des Vereins über ein Vierteljahrhundert. In seiner Abschiedserklärung sagte er, Ich kann verstehen, dass viele Menschen meinen Entschluss nicht ganz einfach nachvollziehen können. Aber nach 25 unglaublich schönen, intensiven und fordernden Jahren auf dieser Position bei Borussia, habe ich einfach das Gefühl, dass der richtige Moment für einen Wechsel in der Geschäftsführung und für mich persönlich der richtige Moment für meinen Abschied gekommen ist. Schippers betonte weiter, Schippers beteiligt und hinterlässt große Fußstapfen. Gladbachs Präsident Rainer Bohnhof würdigte die herausragende Arbeit von Schippers. Stefan hat in den vergangenen 25 Jahren im Amt des Geschäftsführers herausragende Arbeit geleistet. Wir bedauern es sehr, dass er seine Tätigkeit bei Borussia nun beenden möchte, haben aber großen Respekt für seine persönliche Entscheidung. Diese Anerkennung unterstreicht die immense Bedeutung von Schippers für den Verein und zeigt, wie sehr er geschätzt wird. Seine Entscheidung, den Verein zu verlassen, wird respektiert, auch wenn sie Bedauern auslöst. Die Geschäftsführung von Borussia Mönchengladbach besteht nun noch aus Roland Wirkus und Markus Arez. Doch einen Nachfolger für Schippers hat die Borussia bereits gefunden. Der Name wurde jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Wir sind froh, dass wir einen sehr geeigneten und passenden Nachfolger für ihn gefunden haben und dass für einen geordneten gemeinsamen Übergang gesorgt ist. Den Namen können wir mit Rücksicht auf seinen aktuellen Arbeitgeber momentan noch nicht nennen, werden dies aber in Kürze tun können, sagte Bohnhof. Diese Veränderung markiert das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Phase für Borussia Mönchengladbach. Die Frage, die nun bleibt, ist, wer in die großen Fußstapfen von Schippers treten wird und wie der Übergang verlaufen wird. Die Fans sind gespannt und diskutieren bereits eifrig über mögliche Kandidaten und die Zukunft des Vereins. Was denkt ihr? Wer könnte der ideale Nachfolger für Schippers sein? Und was sind eure Erwartungen für die kommende Zeit? Teilt eure Meinung in den Kommentaren.